Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und sollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es um das effiziente Anima-Farmen und auf die Idee wurde ich von euch gebracht, das Video hier zu basteln. Ich hatte nämlich vor ein paar Wochen ein Video zum effizienten Dankbare-Gaben-Farmen rausgehauen, wo ich dann auf die verschiedenen Covernants eingegangen bin, wo man was wie am besten zusammenkriegt. Und da wurde ich öfter gefragt, hey kannst du nicht selbiges für Anima machen und ich würde sagen, da starten wir jetzt mal durch. Als allererstes solltet ihr vielleicht wissen, okay, für was braucht das Anima überhaupt. Anima braucht ihr für alle möglichen Aktivitäten, die hier in eurem Sanktum sind. Es ist aber fast alles nur von kosmetischer Natur, heißt eure Charakterstärke wird dadurch nicht erhöht. Aber zum Beispiel braucht ihr Anima, um eure Gebäude abzugraden. Ich habe jetzt hier alle Gebäude mal auf drei abgegradet, will dann die Sachen nur auf vier upgraden. Anima habe ich genug, aber Seelen brauche ich zum Beispiel noch. Das ist so ein bisschen eine Geschichte, die einen cappt quasi, wo man nur jede Woche so und so viel Seelen bekommt. Ich bin im Moment 20 und dementsprechend, ja, muss man da einen Ticken warten. Wo brauchen wir noch Anima? Wir brauchen noch Anima für alle möglichen Collectibles. Und zwar können wir uns Spielzeuge kaufen, Mounts, eine Waffen-VZ, ein Pet, noch mehr Mounts und jede Menge Transmog-Items. Und diese Transmog-Items brauchen sowohl Anima als auch dankbarer Gaben. Da gibt es nicht nur Seelenhändler, sondern es gibt da oben nochmal einen, der verkauft uns auch noch das von der Pack-Kampagne, das Gear bzw. die Waffen. Dann gibt es bei ihrem Special-Packt-Feature, bei mir ist es jetzt hier beim Necrolord, die Monstrositätenfabrik, auch noch Händler, wo einen Haufen Pets verkaufen, die einen Haufen Mounts auch nochmal für Anima verkaufen. Also ihr seht schon, man braucht da einiges. Ich habe mir mal so grob die Mühe gemacht und habe das zusammengerechnet. So Pi mal Daumen braucht man etwa 200.000 Anima, wenn man sich die Sachen upgraden will und dann nochmal alles kaufen möchte. Das variiert aber je nach Charakter. Und zwar sind das Teuerste tatsächlich die Waffen-Upgrades. Und ihr wisst, jede Klasse kann andere Waffen tragen. Und dementsprechend ist das halt eine Geschichte, die sehr variiert. Ein Warrior wird wesentlich mehr brauchen als zum Beispiel Magier. Ein Magier kann wesentlich weniger Waffen tragen. Also wenn ihr da wirklich alles haben wollt, dann müsst ihr da gucken. Wenn ihr jetzt noch nicht sicher seid, wo ihr die dankbaren Gaben herkriegt dafür, wie gesagt, habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht, wo ich das alles ausführlich erkläre. Auch da ist es quasi bei jedem Covernet unterschiedlich. Um es kurz zu sagen, fast alle Sachen, die dankbare Gaben bringen, hängen mit einem Gebäude zusammen. Und das ist dann dementsprechend hier der Anima-Leiter, also Anima-Kontakte im Englischen. Gut, jetzt schauen wir an, wo wir das Anima herkriegen, wo wir wissen, für was wir es brauchen. Wir bekommen Anima über verschiedene Quellen. Und zwar die beste Quelle, die ihr täglich abfarmen solltet und könnt, sind einmal Worldquests. Ihr seht, hier haben wir x Worldquests auf der Map. Ich habe das jetzt hier schon mal zusammengerechnet. Ich habe das letzte Mal gestern die Worldquests gemacht. Das ist etwa einen Tag vergangen. Und wir haben hier Worldquests zusammengerechnet, sind es 1.405 Anima über diese Worldquests. Und jetzt der kleine Tipp hier am Rande, wenn ihr diese Worldquests macht, macht die im War-Mode. Vor allem als Allianzler kriegt ihr da noch ein bisschen mehr. Ich als Allianzler bekomme hier nochmal 20% mehr Anima und Gold und das lohnt sich. Und dann sind es nicht mehr 1.400 Anima, sondern gleich mal 1.886. Also fast 300 Anima, darüber mehr. Was ich zum Beispiel mache, ich laufe mit meinem Main und mit drei Twings, also insgesamt vier Chars. Ich habe einen Leder-Chark quasi bei jedem Covenant ein, laufe ich die ganzen Worldquests. Ich habe schön zwei Accounts, dann kann ich das parallel machen und ziehe quasi immer zwei gleichzeitig durch die Worldquests durch. Das dauert zwar schon im War-Mode einen Ticken, lohnt sich aber, wie gesagt, das sind jetzt 1.686 Anima, die man da bekommt. Und täglich kann ich euch sagen, dass ihr um die 1.000, 1.100, 1.200 Anima irgendwie sowas um den Dreh bekommt. Es sind mal nur 1.100, mal sind es nur 800, mal sind es wie heute jetzt 1.600 oder ich habe auch manchmal auch schon 2.000 am Tag bekommen. Kleine Randinformation, wenn ihr natürlich Rares und Kisten noch nebenbei aufmacht, sind da auch noch oft Anima drin. Ich würde euch aber nicht empfehlen, explizit Kisten und Rares zu farmen für Anima-Zwecke. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Dann, was ich euch noch empfehlen kann, es gibt über einen Anima-Kontaktor teilweise Extra-Worldquests, zum Beispiel wie hier diese. Die bringt dann dankbare Gaben und auch dementsprechend nochmal zusätzlich Anima. Die kann man sich dann halt noch freischalten, wenn man einen Anima-Kontaktor auf 2 hat. Zusätzlich gibt es bei Anima-Kontaktor auf 1 immer noch eine Kiste, da ist auch oftmals Anima noch drin. Dann kann ich euch empfehlen, hier im Theater der Schmerzen, wenn ihr hier vorne eine Quest annehmt, bringt die euch hier hinter. Da müsst ihr, weiß ich nicht, 5 bis 10 Quests machen, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und dann könnt ihr hier Dailies freischalten. Und diese Daily sagt immer, dass ihr einen Mob hier umhauen müsst. Das ist immer der hier in der Ecke. Da müssen quasi 1, 2, 3 umgehauen werden und dann kommt immer der Vierte. Den müsst ihr umhauen, könnt ihr die Daily abgeben. Ist eine Daily, könnt ihr jeden Tag einmal machen. Bringt nochmal 3x35 Anima. Heißt, das müssten 105 Anima sein, wenn ich mir jetzt nicht ganz verrechnet habe. Und das könnt ihr täglich nochmal mitnehmen. Also 100 Anima hier nochmal drauf. Ist natürlich eine Quest und wird über den Warmode auch wieder einen Ticken erhöht. Genau, das soweit dazu. Dann ist auch hier der Vorteil, wenn ihr das hier freigequestet habt, bekommt ihr am Ende eine Quest, wo ihr in das Theater der Schmerzen ins Dungeon rein müsst. Und für diese Dungeon-Quest kriegt ihr 750 Anima, aber nur leider einmalig. Also das ist eine einmalige Geschichte. Es gibt auch noch in einer anderen Instanz einmalig 750 Anima. Und zwar, das ist Sanguine Depths. Moment, ich muss jetzt mal kurz gucken. Genau, die blutigen Tiefen. Da gibt es, wenn ihr in die Quest 3 oder in das Dungeon reingeht, direkt am Anfang der Instanz, ein NPC, der gibt euch eine Quest und auch 750 Anima. Könnt ihr aber nur einmalig machen. Heißt, sowohl Theater der Schmerzen als auch die blutigen Tiefen gibt es eine 750 Anima-Quest. Beim einen müsst ihr halt vorher ein bisschen was freischalten, beim anderen kriegt ihr sie direkt. Das lohnt sich auf jeden Fall und das hier nehme ich auch tatsächlich mit den Twings jeden Tag mit. Wie gesagt, einmal müsst ihr es frei questen. So, das sind soweit die Daily-Sachen, die ich soweit mitnehme. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen mehr zeigen, was ihr zusätzlich machen könnt. Zum Beispiel bin ich jede Woche mit meinem Main und meinen drei Twings, laufe ich den LFR einmal durch. Das geht eigentlich relativ schnell. Wenn ihr alle vier Teile durchgelaufen seid, also zehn Bosse gekillt habt, bekommt ihr 1100 und ein paar zerquetschte Anima. Ich finde, das rentiert sich, kann man einmal die Woche machen und LFR bringt, denke ich mal, jeder hin. Theoretisch könnte man auch die anderen Schwierigkeitsstufen machen, aber das dauert meiner Meinung nach länger. Und dann müsste man sich eine Gruppe suchen über einen LFR. Daher ist es relativ gechillt gemacht und eigentlich kommst du da tatsächlich recht gut durch. Dann hast du quasi, also ich kriege so 7.000 bis 8.000 über die Worldquests easy zusammen. Hier auch nochmal 1.000 und dann gibt es noch ein paar andere Aktivitäten, die wir noch mitnehmen können. Dann gibt es nämlich noch ein paar Weekly-Quests, die man machen kann. Unter anderem kann man in Oribos insgesamt vier Weekly-Quests annehmen. Das sind immer zwei PvP-Quests und zwei PvE-Quests. Für die PvE-Quests bekommt man 5x35 Anima. Und zwar für beide 35x5. Müssen wir mal gucken, sind 175. Und dann das quasi zweimal, also hat man 350 Anima über diese Quest. Dann müsst ihr halt in irgendeinen Dungeon quasi rein. Wenn ihr mit dem Char E M Plus spielt, könnt ihr ja schauen, dass ihr vielleicht die M Plus in ihr anvisiert. Sonst mit den Twings kann man auch schnell durch Normal durch. Das geht relativ zügig. Das ist aber so optional, kann man mitnehmen, wenn man die anderen Sachen so weit durch hat. Dann, was es zusätzlich auch noch gibt, sind Weekly-PvP-Quests. Und die lohnen sich eigentlich schon ganz gut. Und zwar hier müssen wir zum Beispiel 100 Ehre im Arena quasi Geplänkel erspielen. Haben wir hier einmal 250 Anima und dann haben wir hier noch einmal auf gewerteten Schlachtfeldern 750 Anima insgesamt. Dreimal 250. Die mache ich ehrlich gesagt mit den Twings nicht. Also Rated BG mit einem Gammeltwink will ich nicht spielen. Mit dem Main mache ich zum Moment auch nicht. Und die Geplänkel versuche ich mit den schlechte Krypton Twings ja auch nicht zu machen. Es gibt aber hier, was ich immer mitnehme, Quests, wo man zum Beispiel in epische Schlachtfelder rein muss. Und das lohnt sich tatsächlich, da 1000 irgendwas Ehre zu verdienen, geht relativ schnell im epischen Schlachtfeld. Eins maximal zwei. Und dann hat man das tatsächlich auch schon fertig. Zusätzlich bekommt man nämlich auch noch mal fürs Gewinnen auf einem epischen Schlachtfeld relativ viel Ehre. Das ist nämlich auch noch eine Sache, die man theoretisch Daily machen könnte. Man könnte Daily ein episches Schlachtfeld gewinnen. Das sind 5x35 Anima und ein normales 3x35. Das mache ich eigentlich soweit nicht. Nur wenn ich hier eine Quest habe, eine Weekly Quest, dass ich dann noch mal 250 zusätzliches Anima dazu bekomme. Dann gehe ich die epischen Schlachtfelder noch. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die ich euch vielleicht zeigen könnte. Moment, ich zeige euch erstmal, wo ihr die Quests bekommt. Nicht, dass der eine oder andere dann verwirrt ist. Ich bin hier mit dem Twink gerade in Oribos. Und zwar haben wir hier Hallen der Formen. Genau, hier am Ecke sind quasi die... Ah ne, ich bin falsch. Okay, nochmal zurück. Hier muss ich hin. Die Enklave muss ich, glaube ich, runter. Mit Main habe ich da so eine kleine Wiege auch, wo mir anzeigt, wo ich genau hin muss. Gut, dann laufen wir jetzt einmal rüber. Hier sind wir nämlich falsch. Hier hinter muss ich. Und zwar die Enklave. Da sind einmal die PvP-Händler. Da gibt es nämlich die PvP-Quests. Und zwar hier bei ihm hier. Der gibt dir die zwei PvP-Quests. Übrigens, als Allianzler bekommt man auch nochmal zusätzlich, wenn das Inbalance quasi zwischen Horde und Allianz im War Mode zu groß ist, nochmal eine Zusatzquest, wo man 25 im Hordler oder wenn ihr das Hordler habt, Allianzler töten müsst. Und dann bekommt ihr nochmal 500 extra Anima. Die nehme ich immer mit und nehme halt nebenbei die Kills im War Mode mit. Das ist eine ganz nette Quelle, nochmal zusätzlich Anima zu bekommen. So, jetzt gehen wir hier ins Gasthaus rein. Und unten können wir nämlich dann die zwei PvE-Quests bekommen. Die zwei Dungeon-Quests. Dann müsst ihr einfach hier unten rum. Hier rum. Und dann sind hier unten die zwei Dudes für die PvE-Dungeon-Quests, wo ihr wie gesagt 175 pro Dungeon bekommt. Was ich nicht empfehlen würde, ist tatsächlich Anima über Dungeons zu farmen. Man bekommt sowohl für eine NHC-Random nur 35 und 35 bekommt ihr auch von den meisten Rares. Also ein Rare habe ich schneller umgeklopft als ein komplettes Dungeon. Also das würde ich tatsächlich nicht machen. Was man dann noch machen kann, was sich tatsächlich rentiert. Wenn ihr das erste Mal, sei es, Dynastrius killt, bekommt ihr eine Quest, wo ihr 1550 Anima bekommt. Die müsst ihr einfach nur abgeben. Ihr könnt ihn auch im LFR umhauen. Habe ich ja eh gemacht mit meinen Twinks, weil ich eh mal LFR laufe mit denen. Also das lohnt sich. Und wenn ihr dann noch zusätzlich die Quest-Reihe für Torgas durchspielt, da müsst ihr ja nach Torgas rein. Und dann am Anfang der Expansion war es immer so, dass man jede Woche eine Quest machen kann. Mittlerweile kann man die durchballern, diese Quests. Und ganz am Ende, wenn man dann zu den gewundenen Korridoren kommt und sei es, Dynastrius tot hat, bekommt man nochmal 1250 Anima. Jetzt ist halt die Frage, lohnt sich das nur wegen dem Anima? Ja, wahrscheinlich nicht, weil man muss halt dann schon einige Male nach Torgas dafür rein. Aber wenn ihr mit den Twinks vielleicht eh sagt, ich hole mir einen Legendary oder einen Anhänger aus Torgas, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, dann würde ich auf jeden Fall eben quälen, diese Quest-Reihe mitzunehmen, weil über 1000 Anima für eine Quest zu bekommen, ist schon relativ lohnenswert. Und wie gesagt, das sind alles Sachen, die könnt ihr mit einem Gammel-Equipten Twink machen. Habe ich jetzt mit auch schon drei Twinks durchgezogen. So, und die letzte Sache, die ich euch noch zeigen will, ist einmal hier der Missionstisch. Und zwar bekommt ihr über den Missionstisch hier auch immer Anima-Missionen. Hier haben wir zum Beispiel eine, das sind 2x35, also 70 Anima, die können wir jetzt mal hier rausnehmen. Ihr bekommt eigentlich, ich würde sagen, so drei bis vier Anima-Quests bekommt ihr, denke ich mal, im Schnitt am Tag. Heißt, je nachdem, manchmal bringen sie 70, manchmal bringen sie nur 60, die Grünen. So 200, 300, vielleicht sogar ein bisschen über 300 Anima kann man tatsächlich auch am Tag einfach über den Missionstisch holen. Deswegen sagte ich, auch Anhänger in Torgas. In Torgas kann man noch zusätzliche Anhänger bekommen. Dann kann man diese Missionen vielleicht ein bisschen einfacher spielen. Also, fassen wir nochmal zusammen. Daily könnt ihr machen, die World-Quests und dementsprechend die eine Daily-Quest hier. Alles schön im Warm-Mode machen und natürlich eure Missionen für Anima losschicken. Weekly könnt ihr zwei PvE-Dungeon-Quests machen und zwei PvP-Weekly-Quests. Wie gesagt, manches ist RBG oder gewertete Arena, würde ich jetzt mit dem Zwing eher nicht machen. Aber man kann ja gucken, wenn Schlachtfelder sind, das kann man ganz gut nebenbei auch mit einem schlecht-equippeden Charme mitnehmen. Dann kann man den LFR noch durchballern und dann gibt es noch die einmaligen Sachen, die zwei Instanzen. Die Sanguine Depths und hier Theater of Pain. Die beiden kann man mitnehmen für jeweils 750 Anima. Seidrenathrius einmal umhauen bringt 1250 Anima. Und dann Seidrenathrius tot haben und die Kampagne oder die Quest-Reihe aus Torgas fertig bringt nochmal 1250 Anima. Das sind soweit die Sachen, die ihr quasi jede Woche machen könnt. Zusätzlich, wenn euch dann noch langweilig sein sollte, was ich zwar bezweifle, könnt ihr theoretisch jeden Tag noch hier ein episches Schlachtfeld gewinnen. Bringt 5x35 Anima. Kann man machen. Ja, ich mach's persönlich nicht. Aber wenn man vielleicht zusätzlich die PvP-Quest noch dazu hat, dann rentiert sich das Ganze vielleicht schon. Okay, das waren eigentlich alle Sachen, die ich euch jetzt soweit zeigen wollte. Dann würde ich sagen, kleinen Tipp am Rande kann ich euch auch noch geben. Und zwar, wenn ihr am Cap seid hier, man kann ja nur 35.000 einzahlen an Anima. Ist das kein Problem, wenn ich jetzt hier auf Einzahlen klicke, dann sagt der geht nicht. Ich hab hier noch einiges an Anima rumliegen. Das kann man einfach im Inventar lassen und das ist soweit alles kein Problem. Und vielleicht, wenn ihr jetzt jemand seid, der deswegen Transmog macht und euch alles kaufen wollt, ihr solltet hier so ein bisschen gucken. Euch werden hier nur die Sachen, wenn ihr zum Beispiel wie ich hier Druid eingestellt habt, werden euch nur die Sachen angezeigt, die ihr tatsächlich mit dem auch sinnig verwenden könnt. Mir fehlt jetzt zum Beispiel hier einer der Dolche. Also es wird mir hier ein Dolch angezeigt, wenn wir jetzt auf alle Klassen gehen, sind es aber tatsächlich zwei Dolche. Und dieser Dolch wurde mir zum Beispiel nicht angezeigt. Hat den Hintergrund, dieser Dolch wird als Aggie-Dolch gewertet. Und einen Aggie-Dolch kann ich als Druid zwar theoretisch anlegen, aber in keinem Speck sinnvoll verwenden. Weil ich habe nur Aggie-Sachen beim Bär- und Katzen gestalten, da habe ich immer eine Zweihand-Waffe und keine Einhand-Waffe. Heißt, wenn ihr vielleicht alles Transmog holen wollt, schaltet da vielleicht oben mal um auf alle. Dann seht ihr nämlich auch die Sachen, die ihr zwar transmoggen könnt, aber die euch für die Klasse eigentlich nichts bringen. Zum Beispiel in einem Worry wird da wahrscheinlich auch kein Aggie-Dolch angezeigt oder kein Int-Dolch, weil er in keinem Speck sinnig den Int-Dolch benutzen kann, aber er kann ihn theoretisch transmoggen. Genau, das wollte ich euch noch am Rande zeigen. So, ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt hier mal diesen komischen Aggie-Dolch, dass ich hier ein bisschen Platz weg habe. Dann ziehen wir den einmal an und können ihn wieder verkaufen. Dann haben wir nämlich gelernt als Transmog, den will der Händler gar nicht, okay, den muss ich wegschmeißen. Der hat gar keinen Rückkaufspreis, weil ich habe hier so ein bisschen das Problem, dass mein ganzes Inventar ein bisschen voll ist mit dem Zeug. Jetzt können wir nämlich wieder ein bisschen was einlagern. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir das Video. Sollte ich irgendwas vergessen haben, was noch gut oder effizient zum Anima-Farmen ist, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Hilft so ein bisschen der Community und auch mir. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen krassen Weg, wo man auch noch ein bisschen an Anima rankommt. Kleine Randinformation, bevor wir jetzt das Video beenden. Mit dem nächsten Patch 9.0.5 habe ich gehört, sobald man die Ruhmstufe auf Max hat, bekommt man für die Weekly Quest zum Seeleneinsammeln anscheinend dann nicht mehr eine Ruhmstufe, sondern 500 Anima. Das wäre auch noch eine Geschichte, wo man vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann. Ist aber jetzt noch Zukunftsmusik und PTR-Stuff heißt, es muss nicht so live kommen. Ich wollte es bloß mit erwähnt haben. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.